Gibt es ein anerkanntes Diplom in Osteopathie? Das Antwort auf diese Frage lacht ja. Das Diplom in Osteopathie, oder abgekürzt in DO, ist ein anerkanntes Diplom in verschiedenen europäischen Institutionen und Berufsfeiern. So sind die deutschen Absolventen in der Lage, sie beim VWOD anzunennen, Verband Wissenschaftlich-Osteopathen Deutschlands. In Österreich könnte man beitreten zum ÖGO, die österreichische Gesellschaft für Osteopathen. Oder in der Schweiz könnte man Mitglied werden im VAUS, Vereinigung für akademisierten Osteopathen in Schweiz. Eine weitere Mitgliedschaft wäre möglich in the American Academy of Osteopathy, oder abgekürzt die AAO. Das Dritte ist das Gerät-Ihrmutter. Das ist das Gerät-Ihrmutter. Das ist das Gerät-Ihrmutter. Das Gerät-Ihrmutter. Vielen Dank.